Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video angeln wir an dem besten See Litauens. Der ist komplett voll mit Karpfen und wir werden richtig viele Fische fahren. Bevor es da aber losgeht, fahre ich jetzt erstmal mit dem kleinen Auto hier in Richtung Frankfurt an den Flughafen und fliege nach Litauens. 10 Stunden Anreise sind vorbei. Ich bin angekommen in Velenius, hier im Hotelzimmer. Ihr fragt euch bestimmt schon jetzt, warum ich hier bin. Ich wurde eingeladen von Deeper, von der Firma, die dieses kleine, richtig hilfreiche Echolot entwickelt haben, was man nicht nur werfen kann, sondern auch am Baitboot oder sonst wo am Boot befestigen kann und das uns seit Jahren das Angeln leichter macht und effektiver macht. Die haben mich eingeladen, um hier beim Deeper Fishoff dabei zu sein, einem freundlichen Wettkampf unter Influencern, die irgendwie mit Deeper verbandelt sind. Das ist ziemlich witzig, ich habe richtig Bock. Wir fahren morgen weiter an den schönen See, der komplett voll besetzt ist mit schönen Karpfen und auch richtig dicken Karpfen. Ich bin sehr gespannt, möchte aber dahingehend auch noch nicht so viel verraten. Heute habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Die anderen Mitstreiter, die treffen erst heute Abend hier im Hotel ein, deswegen habe ich jetzt den ganzen Tag für mich alleine. Dann schauen wir uns die Stadt an. So, die Gang ist komplett. Der Bus hier hinten ist komplett voll mit unserem Tackle. Der Sprinter. bringt uns jetzt mit an den See. Eine wilde Reise geht zu Ende. Wir sind am See angekommen. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Froh da zu sein auf jeden Fall. Alle sind happy, dass es geklappt hat. Das war jetzt auch ein wirklich wilder Ritt. Wir haben ein paar Bodenwellen ein bisschen zu schnell mitgenommen. Einen fetten Sprinter. War das auf jeden Fall eine Experience, hierher zu fahren. So, den Kameraden hier gilt es zu schlagen. We have to fight this guy. Do you fancy your chances? You think you're gonna win? Maybe. So, das Tackle ist angekommen. Fünf Sachen habe ich dabei. Liege, eine Waterbox, eine große mit Ködern, noch eine Waterbox mit noch mehr Ködern. Ein Zelt, was ich hoffentlich nicht brauche. Und dann noch eine ordentliche Portion Routen. Da muss ich mal gucken, dass die alle noch ganz sind. Weil die waren ganz unten in diesem fetten Sprinter drin. Aber ich denke, da sollte eigentlich hoffentlich nichts passiert sein. Ihr seid bestimmt gespannt, was ich alles mitgenommen habe. Das möchte ich euch kurz zeigen. So, ich habe einmal die große Waterbox. Da ist nochmal eine kleine Waterbox mit drin. Da habe ich reingepackt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hup. Hakenköder und Bleie in der Tasche. Als nächstes sämtliche verschiedene Futterraketen, die es nur irgendwie gibt, die ich so zu Hause rumfliegen hatte noch von früher. Da habe ich so Wurfangeleien in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht. Ich habe so viel trainiert zum Werfen an sich. Aber eher nur, um auf Distanz zu kommen. Letztendlich genutzt habe ich es relativ wenig. Zwei neue Rollen habe ich dabei. Die muss ich auch noch bespulen heute. Zwei Big Pit Rollen von Nash. Zwei Routen darf man hier angeln. Dann ganz viel PVA Material natürlich. Den Range Extender von Deeper. Ich will auch auf volle Distanz hier ausloten. Und dann hier ordentlich Nash Bait. Pellets ohne Ende. Richtig viel attraktives Futter. Ich habe Scopex Quick Flakes dabei. Pellets. Den neuen Citrus in 15mm und 12mm. Sehr sehr kleine Köder. Weil ich möchte den Futterplatz so lange wie möglich sehr sehr attraktiv halten. Also kein unnötiges großes Futter auf dem Platz haben, was die Fische nur sättigt. Sondern ich möchte wirklich nur attraktives Futter haben. Deswegen habe ich Dosen-Mais noch mitgekauft. Vorhin im Supermarkt. Und werde auch viele Bois crushen, die ich füttere. Und deswegen habe ich auch richtig viele Pellets dabei. Den zweiten großen Waterbox. Ich habe insgesamt vier Routen dabei. Zwei Spotrouten. Und zwei Routen zum Angeln. Distance Sticks natürlich zum Abklippen der Distanz. Dann hier die ganzen 15 und 12mm Monster Shrimp. Dann habe ich diesmal die neue Skyline auch dabei. Gute Schnur. 0,30er. Ein bisschen dicker. 0,28er wäre hier perfekt. Aber ich will nicht so dünn gehen, weil ich will auf jeden Fall keine Fische verlieren. Deswegen ein bisschen dickere Schnur. Ist auch nicht dick, aber für so ein Wurfgewässer auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Ich habe jetzt direkt mal einen Kilometer Skyline auf die Rollen gespult. Ich bin schon gut am schwitzen. Ist doch ganz schön warm hier. Und das war es jetzt. Genug getan für heute. Guten Morgen meine Freunde. Tag drei hier in Litauen. Ich bin ein bisschen müde. Wir haben jetzt kurz nach sechs. Ich bin gerade aufgestanden. Hier ist noch komplettes Chaos im Zelt. Das muss ich jetzt alles nochmal ein bisschen wegräumen. Ich bin sehr gespannt. Die Challenge steht natürlich auch, hier komplett zwei Nächte lang wach zu bleiben. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich bin jetzt schon richtig müde. Aber ich habe auch gerade noch gepennt. Ich denke, wenn es dann losgeht, dann werde ich schon ein bisschen fitter werden. Es wird heute auf jeden Fall warm. Blauer Himmel. Ein bisschen Wind ist gut. Der drückt auch schön auf meine Uferseite. Was ich gesehen habe, die anderen Angler hier um mich herum sind noch nicht wach. Heißt, die Motivation ist dahingehend vielleicht zumindest bei meinen zwei Nachbarn nicht so hoch. Ich will mich aber noch nicht zu früh freuen. Weil gerade der Robin Illner hier auf meiner rechten Seite, der kann auch gut angeln. Und vor allem die Jungs auch von Nash Tackle, also Henry Lannerton und Jacob aus London, die sind die ganze Zeit über das Jahr hinweg auch nur am Angeln. Und die angeln auch wirklich nur auf Karpfen. Also das wird auf jeden Fall auch eine große Herausforderung, die zu schlagen. Aber wir probieren es natürlich. Und ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Schreibt auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare, was hier gefangen wird. Und natürlich ohne die Timetable bzw. das Endergebnis schon vorher bei Deeper gecheckt zu haben. Und welchen Platz ich belegen werde. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr sagt. In wenigen Sekunden sollte das losgehen. Ein bisschen aufgeregt bin ich dann doch. Ganz witzig. Macht auf jeden Fall mega Bock. Ich stelle jetzt hier mal das Stativ auf. Ich muss mal gucken, wie viel ich filmen kann. Aber in der Regel ist das ja Karpfmangel und nicht Spinnfischen. Bei der Predator Pro Tour war das ein bisschen anders. Da war es wirklich stressig nebenbei zu filmen. Hier sollte das eigentlich gehen. Hier sind auch genug Leute, denen ich mal die Kamera in die Hand drücken kann. Ich habe hier komplett die Waterbox jetzt voll. mit Futter. Hier habe ich meine Bissanzeige aufgebaut. Alles ready. Extra Markierungen im Boden gemacht. Ab dem Punkt, wo ich immer werfe. Ich wickele jetzt. Also ich angle gerade auf 32 Raps. Das ist gar nicht so weit. Knapp über 100 Meter. Und ja, weil ich wollte eigentlich noch einen Ticken weiter angeln. Das Ding ist aber, alle anderen, habe ich gestern gesehen, die angeln gar nicht so weit. Die angeln relativ kurz. Ein paar davon können nicht hundertprozentig krass werfen. Aber ja, auch die englischen Jungs, die sagen, die angeln lieber kürzer. Dafür schneller. Haben natürlich den Fisch schneller hier. Haben weniger Aussteiger. Können natürlich auch schneller füttern. Effektiv muss man viel weniger werfen. Aber ja, deswegen nur 32 Wicklungen, nicht 40 oder 45. Macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Soll ja auch nicht komplett übertrieben sein. Jetzt sollte eigentlich gleich hier irgendwann der Ton ertönen. Und dann geht das Ganze hier los. Ich bin mega gespannt. Beide Routen schon vormontiert. Solid Bags gerade drauf. Ich werde dann später aber nochmal wechseln auf eine andere Taktik. Weil ich habe mir was überlegt heute Nacht. Den ersten Fisch gestern, den habe ich auf einem Solid Bag gefangen. Voll mit Pellets. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier eine Helikoptermontage und einen kleinen PVA Bag auch mega interessant sein kann. Und das werde ich dann später auf jeden Fall noch probieren. Ich kann ja über den Tag hinweg trotzdem viel wechseln. Ich habe viel Zeit. Und ja, die anderen haben auch nur zwei Routen und auch nur zwei Hände. Deswegen alles gut. Darf man sich da nicht zu sehr rein stressen. Nichtsdestotrotz mega gespannt, was da jetzt passiert. Wann der erste Biss kommt. Wie lange es dauert. Da ist ja auch schon den Handschuh angezogen. Dass wenn ich aufwerfen muss, dass hier die Dinger nicht wehtun. Beziehungsweise ich mich cutte mit der Spomb-Route. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Ton. Das ist der Fisch in der Competition. 10 Minuten geangelt. Der erste Graskarpfen. Die zählen auch. Schon mal ein guter Start. Auf einen 12mm Scopic Squid Warfler. Auf 32 Wicke. Geil. 20 Minuten später zum Graskarpfen. Dann kam der erste richtige Karpfen. 2 Minuten. Schon stehen alle am Platz. Jacob 5 Packs weiter. Robin. Alle am gucken, was ich für Ricks fische. Also ich fütter jetzt zwischen jedem Fisch so 10 bis 12 Futterraketen. Dass da ordentlich Köder außen sind. Und dass es natürlich gut, gut kochen kann, wenn die Fische kommen. Je mehr Action ist, desto mehr Bisse kommen dann auch. Gucken, ob das so aufgeht. Und ob ich es durchhalte die nächsten zwei Nächte. Ich bin schon deutlich später am ersten Tag hier. Ersten Competition Tag. Es hat nicht mehr viel gebissen. Ich hatte noch ein, zwei Fehlbisse. Beziehungsweise habe jetzt auch einen Fisch im Holz stecken. Irgendwie ist das ein großes Hindernis auch in meinem Swim. Und ja. Die Warthose an. Werden wir das jetzt mal angucken. Ich habe schon gefragt, ob ich rauslaufen darf. Der See ist an sich nicht tief. Also es geht wie ein Bayer. Es ist sehr schlammig. Ich muss mal gucken, ob ich bis dahin hinkomme. Ich werde es probieren. Und im Optimalfall hier meinen Spot ein bisschen befreien von dem ganzen Mist. Dass man hier mal ordentlich das Angeln anfängt. Ja, der hat mich jetzt ein bisschen rausgefordert. Knapp 10, 15 Minuten war ich locker jetzt am Drillen. Ist auf jeden Fall der erste bessere Fisch hier am Spot. Absolutes Chaos ist hier ausgebrochen. Hier ist überall Bait. Kescher bereit. Hier ein Eimer extra zum Spotten, wenn ich mir die Hände abwasche. Der Bucketier war heute Morgen noch voll. Der ist jetzt fast leer. Und ich habe heute locker 25 Kilo Futter hier reingehauen. Was ziemlich viel ist, aber auf den Fisch bestand ein Tropfen auf den heißen Stein. Es war ein wilder Tag. Und wie erwartet, wenn es wild wird, habe ich schon vermutet, dass ich nicht allzu viel filme. Ich habe es nicht mal geschafft, eine GoPro heute aufzubauen. Ein bisschen Footage habe ich mir wahrscheinlich gesneakt. Habt ihr auch schon gesehen von den ganzen Kameraleuten, die hier rumrennen. Aber ja, es geht jetzt in die erste Nacht der Competition. Ab 7 Uhr darf man nicht mehr spotten. Oh, sieht schön aus hier in meinem Zelt. Schön von hinten kommt die Sonne durch. Ab 7 Uhr dürfen wir nicht mehr spotten, nur noch mit einem Boilyrohr die Köder rausbringen. Ich angle jetzt auf genau 105 Metern. Ich war heute einmal kurz schwimmen. Habt ihr auch gesehen, weil hier war so ein fetter Baumstumpf drin. Hatte richtig viel Schnüre rausgeholt und so. Das war alles nicht so optimal. Aber jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Einen Tag hinweg habe ich sehr, sehr viel Zeit verloren. Ich bin heute Morgen dann wirklich tatsächlich relativ schnell auf dem letzten Platz gelandet, weil ich nicht effektiv genug geangelt habe. Jetzt sieht das Ganze aber schon anders aus. Die finalen Resorts sind jetzt noch nicht da. Ich habe jetzt 5 Fische. Die anderen haben aber auch gut gefangen. Aber den großen haben wir auch gefangen. Den größten des Events bisher ist auch gut. Aber ja, über die Nacht muss ein bisschen was kommen, dass wir das mit nach Hause nehmen, hier den Titel. Mal gucken, mal gucken. Ist noch alles offen. Das sind nicht die 300 Fische, die ich erwartet habe, aber es sind schon mal 5. 2. 24. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. hier hinten ist der mond der gerade aufgegangen ist und ja hier hinten wird jetzt dann wahrscheinlich eine halbe stunde die sonne aufgehen die nacht war sehr sehr kurz es hat auch ein bisschen was gebissen habe ich gefangen das ist gut der platz wurde angenommen die monster shrimp boy ließ laufen ich bin jetzt schon ein bisschen fertig habe noch nicht geschlafen vorhin war ich fast mal eingenickt aber dann hat auch ein fisch gebissen auf jeden fall gerade hier eine richtig kranke kulisse richtig geil ich glaube der rest schläft wirklich alle schlafen also zumindest der platz links von mir da hat noch gar nichts gebissen gar nichts robin hat vielleicht einen gefangen da bin ich mir nicht sicher war vorhin mal kurz außen ich war da auch einfach nur pinkeln und ja weiter vorne hört man eigentlich auch nichts immer gespannt was so die nacht gefangen wurde weil man hat kein live ticker natürlich aber ja so um zehn uhr sollte man erfahren wie es gerade um die plätze steht gestern war ich bis nachmittag auf platz 11 von 11 also immer auf dem letzten platz mit nur einem fisch in der wertung nachdem ich aber dieses holz entfernt hatte habe ich so viele bisher bekommen dass ich direkt hoch gerutscht bin auf platz zwei jetzt ja jetzt glaube ich nicht schlecht aus haben ein paar fische gefangen und ja so Also ich aktualisiere jetzt nochmal die Rangliste, wie sieht es gerade aus, um 9 Uhr 13 bis 12 Uhr wird geangert, aktuell bin ich noch auf Platz 2, wenn man sich das hier anschaut, also Henry ist weit vorne mit knapp 8 Fischen oder 10 Fischen mehr mittlerweile, aber direkt hinter mir zum Beispiel ist Jacob, der braucht noch einen Fisch, den wird er definitiv heute fangen, dann hat er mich überholt, aber ich fange keinen mehr bis jetzt, also ich brauche auf jeden Fall noch einen Fischen und ja, Christoph, der braucht noch ein paar mehr, um mich einzuholen, der braucht jetzt noch zwei, drei Fische, dann hat er mich auch, drei Fische dann ist er vor mir, also ich muss auf jeden Fall noch was fangen. So meine Freunde, eineinhalb Stunden habe ich jetzt noch Zeit, dann ist es vorbei, ich habe tatsächlich jetzt noch endlich mal wieder einen Fisch gefangen, der wird mir zwar nicht viel bringen, aber es war trotzdem wichtig, dass noch mal einer beißt, weil es ist irgendwie seit gestern Abend komplett eingeschlafen, es war wirklich so, dass die Sonne untergegangen ist und ja, die Fische waren weg. Man hat es ja auch nicht mehr springen gehört, es ist einfach nichts mehr los. Jetzt ist noch mal einer rausgelaufen, der hat aber auch knapp 60 Meter hinter meinem Spot gebissen, auf einem Single Oak Bait, weil da ein kleiner Fisch gerollt ist und den habe ich dann auch gefangen. Nichtsdestotrotz hat richtig, richtig viel Bock gemacht, jetzt wird er, ja, ich denke auf jeden Fall Henry Erster. Ich bin aktuell noch auf dem zweiten Platz, werde aber definitiv runterrutschen, beim nächsten Mal wiegen auf den dritten oder vierten. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich eher den vierten, leider. Aber, nichtsdestotrotz, hat mega Bock gemacht. Ich versuche jetzt auf jeden Fall in der Stunde noch einen schönen Fisch zu fangen. Hoffe ich zumindest, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber man weiß nie, Fische können jederzeit rauslaufen. Und parallel werde ich hier auf jeden Fall schon mal alles zusammenpacken, weil das Zeug wird dann heute schon abgeholt und dann wieder nach Hause verschifft, beziehungsweise gefahren. Kommt ein Sprinter, fährt jetzt nach Hause zu uns nach Deutschland, nimmt das ganze Zeug mit. Und ja, let's see, let's see. Da ist der letzte Fisch für heute. Letzte Fisch in der Wertung. Die Zeit ist dann gleich vorbei, aber es hat noch einer zum Ende in den Gebissen. Das war schon sehr schwer zum Schluss. Going into this final day, there's been quite a battle between second, third and fourth. So it's been a bit hit and miss on who is going to be making the podium. But yeah, for the Bronze Award, I would like to invite Felix, with 208.325 kilos. Well done. There we go bud. Thank you. Thank you. Well done mate. Well done. So Henry, what would you say in German, if you just described this session in one way? Hamburg. Unglaublich. Unglaublich. Very good. Cheers mate. It's the taking part that counts and beating Jacob. or seemsック. What would you like to have at the bottom for the award? Cool. Vielen Dank.